Hey, ich bin zwar am Ende der Welt, aber hier hört die Welt nicht auf. Ich krieg hier in Dresdner Stollen geliefert, da hinten sind die Würze wie Muskat, Zimt, Nelken, Karamon. Irgendwo habe ich da noch einen Beutel Kichererbsen. Ich bin zwar am Ende der Welt, aber nicht am Arsch der Welt.